Die Politik hat noch nie Wohlstand erwirtschaftet. Der Wohlstand kommt von Leuten, die mit Passion sich den Arsch abarbeiten, die in der Lage sind, Leute zu motivieren, wenn viel zu tun ist, auch am Samstag zu arbeiten. Da kommt Wohlstand her. Doch nicht von einer schwachen Figur, die Staatssekretär ist und in Berlin oder irgendwo in Brüssel an einem Schreibtisch sitzt. Der kann doch nichts. Das ist die Wahrheit.